Moin Leute, wir sind beim sechsten Teil von meinem Lightroom Tutorial angekommen und heute geht es um virtuelle Kopien und Stapel. Auch zwei Funktionen, die ich sehr gerne nutze. Ich will aber nicht lange schwafeln, geht gleich los. Wenn ihr gerne experimentiert und eure Bilder vielleicht mal auf unterschiedlichste Art und Weise bearbeiten möchtet, dann sind virtuelle Kopien eine tolle Möglichkeit. Damit kann ich eine Kopie von einem Bild erzeugen, ohne dass es physikalisch auf der Festplatte dupliziert wird. Ich kann einfach ein Bild markieren, gehe dann oben auf Foto und sage dort virtuelle Kopie anlegen oder einfach mit Command-T bzw. Steuerung-T. Jetzt habe ich zweimal das gleiche Bild hier und kann zum Beispiel das erste einfach mal in Farbe bearbeiten. Ich nehme jetzt hier mal auf die Schnelle einfach so ein Preset von mir und habe jetzt quasi das gleiche Bild in zwei Varianten vorliegen. Benutze ich ganz gerne tatsächlich für diese Möglichkeit zu sagen, das gibt es einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß. Eine virtuelle Kopie ist wie gesagt nicht physikalisch vorhanden, sondern existiert im Grunde genommen nur in der Datenbank von Lightroom, daher auch virtuell. Möchte ich sie wieder löschen, markiere ich das Bild und drücke Entfernen, dann werde ich noch einmal gefragt und dann wird das Bild entfernt. Das Original bleibt aber natürlich erhalten. Wenn ich so eine virtuelle Kopie anlege, dann wird sie immer quasi von dem Originalbild angelegt. Also dieses Bild hatte ich bearbeitet, davon virtuelle Kopie sieht genauso aus. Das heißt, man nimmt immer den Bearbeitungsstand des Originalbildes mit. Was ihr hier auch seht ist, die virtuelle Kopie wurde in einen sogenannten Stapel gepackt. Man sieht also hier jetzt eins von zwei. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Stapel von Bildern, den man zum Beispiel hier vorne auf- und zuklappen kann oder aber mit der Taste S. Stapel sind gut geeignet, um Bilder zu gruppieren. Also wenn ihr Bilder gleicher Art habt oder zum Beispiel, wenn ihr viel Serienbildfunktionen nutzt, dann habt ihr vielleicht, sage ich mal, zehn Bilder, die alle ähnlich sind und die möchtet ihr aber erstmal von der Ansicht her reduzieren, dann ist ein Stapel eine tolle Möglichkeit. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen runter und jetzt nehmen wir einfach mal hier diese fünf Bilder, die sind alle ähnlich, das ist alles eine ähnliche Ansicht. Hier kann ich jetzt entweder gehen oben auf Foto, Stapeln in Stapel gruppieren oder aber ich drücke Command-G und habe dann die Bilder in einem Stapel gruppiert. Die Stapel, die könnt ihr jetzt mit der Taste S öffnen oder auch wieder schließen. Ihr könnt natürlich hier vorne auch auf diese Anfasser klicken, dann gehen die auch auf und zu. Innerhalb eines Stapels könnt ihr die Bilder mit der Maus einfach verschieben in der Reihenfolge oder aber wenn ihr ganz schnell ein Bild an den Anfang des Stapels setzen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel einfach hier oben auf diese Zahl klicken. In diesem Fall vier von fünf und dann springt das Bild ganz nach vorne in den Stapel. Ein Stapel wieder aufheben, kann ich dann mit der Tastenkombination Command-Shift-G oder aber hier oben über das Menü Foto stapeln und dann Stapel aufheben. Jetzt ist es ausgeraut, weil ich den Stapel gerade schon aufgehoben habe. Ja, typischer Anwendungsfall ist natürlich, um Übersicht zu behalten. Ich persönlich nutze das auch ganz gerne, wenn ich Panoramen fotografiere. Ich gehe mal hier in meine Testbilder rein und hier habe ich zum Beispiel ein Panorama vom Colosseum in Rom. Diese Bilder, die könnte ich jetzt halt einfach gruppieren, um die dann schon mal so ein bisschen zusammenzuhalten. Es ist übrigens auch so, wenn ihr das Panorama erstellt, habt ihr dort auch die Möglichkeit, automatisch einen Stapel zu erstellen. Panoramen machen wir aber in einem extra Video. Eine Sache noch, die ich persönlich ganz sexy finde und die vielleicht für alle, die viel fotografieren, also vielleicht Sportfotografen, die mit hoher Serienbildfunktion arbeiten, für die ganz hilfreich ist. Ihr könnt hier oben bei Fotostapeln, könnt ihr sagen, automatisch nach Aufnahmezeit stapeln. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel Stapel anhand der Zeit machen. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, eine Minute Abstand für die Stapel. Das könnt ihr natürlich verkleinern, zum Beispiel hier auf 30 Sekunden. Und dann würden hier unten jetzt 26 Stapel entstehen. Wenn ich das Ganze entsprechend verlängere, dann entstehen zum Beispiel nur zwei Stapel. Das ist natürlich ganz praktisch, um eine schnelle Vorsortierung zu machen. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Stapeln. Und dann seht ihr, habe ich halt hier die Bilder schon mal ganz grob vorsortiert. Für mich persönlich kommt das nicht in Frage, weil ich auch nicht mit diesem hohen Serienbildraten schieße. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall mal gezeigt haben. Denn es könnte ja sein, dass es für den einen oder anderen von euch interessant ist. Ja, Stapel insgesamt eine sehr schöne Sache, um ein bisschen Ordnung zu halten in seiner Bibliothek und die virtuellen Kopien. Natürlich, um verschiedene Bearbeitungsvarianten zu erstellen. Und dann, um verschiedene Bearbeitungsvarianten zu erstellen.